So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blaue Edition. Im letzten Part haben wir mal wieder viel geschafft. Wir sind hier durch Schiffs gegangen, während ich euch allerlei Dinge erzählt habe. Und ja, wir machen... machen wir einen Stopp oder machen wir nicht einen Stopp? Ne, wir scheißen auf den Stopp und machen meinen Taubuka gegen Taubuka Bett. Darf ich hier oben jemanden treffen? Moin! So, Gary, sieh an, Takeru. Wusste ich... ich wusste, ich würde dich hier treffen. Takeru, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokémon-Dex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Ja, ist gut. Gary möchte Cap... setzt deinen Taubuka Level 19 ein. Ja, er hat nicht so viel trainiert. Ja, der Taubuka ist nicht wirklich stark trainiert. Hat nur ein Level hochgekriegt. Während unser Taubuka stärker ist. Ich glaube, wir hätten sogar noch einen Taubsi gehabt, oder? Ich weiß es gar nicht mal mehr. Sorry, da kann ich mich nicht erinnern. Ein Radikal... Ne, das macht unser Turtle, da er Hyperzahn kann. Und ich glaube, da würde unser Taubuka leider alt aussehen. Ja, leider, leider, leider. Das wollen wir zu sagen. Ja, Turtle macht das ziemlich gut. Nur 12 KP abgezogen, aber ich glaube auch eher wegen dem Level-Unterschied. Oh, ein Calabra. Da können wir mit Taubuka kämpfen. Ne, hat ein Psycho-Pokémon. Äh, werden wir uns wahrscheinlich auch holen, ein Psycho-Pokémon. Ich weiß aber noch nicht, welches. Das bleibt aber noch ein Geheimnis. Werden wir auf jeden Fall noch später holen. Übrigens, das sechste Pokémon habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich bin noch am überlegen, welches. Steht aber noch nicht fest. Werden wir aber auch bald eins bekommen. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. Ja, ich folte euch wirklich auf Spannung. Ich vergesse wirklich mitten im Satz, was ich sagen will. Ja, ja, mein Gedächtnisschund wächst und wächst pro Minute. Oder eher pro Sekunde. Ich spanne euch auf die Folter, genau. So. Ich spanne euch auf die Folter, welches Pokémon, oder welcher Pokémon wir noch packen werden. Du, deine Pokémon. Genau, ich habe vergessen zu lesen. Es soll angeblich ein großer Meistern-Unterung mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du darfst es den alten Mann mal besuchen. Ciao. Okay. Machen wir doch glatt. Es geht mir gar nicht gut. Takeru massiert den Kapitel in den Rücken. Rubbel, schrubb. Ja, ich glaube, man könnte da was anderes verstehen. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Ja, ich glaube, wenn wir alle das denken würden, was er wirklich vergetan hätte. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist zu übel. Ich hab's, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit Zerschneider vor. Oh nein, du hast gar keinen Platz für weitere Items. Ja, das ist bitter. Was haben wir denn hier in Raleos, was wir nicht brauchen? Superball. Brauchen wir nicht. Zerschneider ist wichtig. Deswegen schrubbeln wir den Kollegen nochmal. Rubbel und schrubb. Ja, wohl gemerkt, was wird da schrubbeln. Ja, ich glaube, das fängt schon mal gut an. VM-01. Da haben wir jetzt den Schneider. Warte mal, da ist ein Buch. Kann man das lesen? Guck mal, ob wir das lesen können. Ja, cool. Hey. Tausend natürlicher Hausmittel gegen die Krankheiten. Der Kapitän liest dieses Buch. Hm, interessant. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Ja, ich habe mir eigentlich noch nie so wirklich die Gedanken drüber gemacht. So was, just wovon habe ich sogar mal gemacht. Ja, sonst rase ich immer schnell durch. Na ja, Speed war ja in vier Stunden, das Spiel durchzuzocken. Mit der Dodri-Power. Ja, mit Dodri-Power geht alles. Ach, die Musik ist so schön. Schade, dass wir jetzt gehen müssen. Und das Schiff jetzt abhaut. Auf Wiedersehen. Tschau, viel Glück noch. Und wie spart. Das Schiff kommt nie wieder. Nein, im gesamten Spiel kommt das nie wieder. Schade eigentlich. Deswegen haben wir das in Gold, Silber und Kristall anders gemacht, dass das Schiff da ist. Das kommt. Man kann da immer zurück. Und ab und zu mal trainieren, aber na ja. So, wem bringen wir jetzt Zerschneider bei? Das ist die große Frage. Ja, das ist jetzt wirklich eine ganz große Frage. Ich weiß nicht, wer mich das beibringen soll. Hm, ich dachte eigentlich, ich könnte das lernen. Anscheinend nichts. Ich dachte eigentlich immer, dass wir das lernen können. Okay, wir fangen uns jetzt hier mal kurz ein Habitag. Oder ein Sandan, das wäre auch nice. Würde auch dementsprechend, was wir gebrauchen könnten. Ja, das überlebst wird. Dö, 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 dö. Da, super. Sandan kann das leeren. Wunderbar, Sandan wurde gefangen. So, ab. Wir hauen wieder ab. Dö, 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 dö. So, du lernst Zerschneider, weil ich es sage. Ja, wohlgemerkt. So, wir konnten nicht zur Arena, weil wir Zerschneider brauchten. Dö, 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 dö. So, und jetzt brauchen wir nur noch Diktor. Leider dauert diese Arena doch ein bisschen länger. Aber leider nicht wegen den Trainern, sondern wegen dem blöden Rätsel. Das ist wirklich so ein verdammtes Glück. Das ist so eine Glücksfrage, wie schnell man das schaffen kann. Beziehungsweise wie schnell man es findet. Wobei ich eigentlich immer Peche habe. Mit dem Finden. Ja, ich bin ein schon großer Pechvogel. Das kann man dazu sagen. So, Diktor erreicht 26. Noch ein Schaufler. So, 369. Das war kein Problem. Oh, unser Diktor entwickelt sich schon. Dö, 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 ja. Diktor wurde zu Diktor. Das Trio des Diktor. Könnte man unter anderem sagen. Hier ist mir vollkommen schnuppe Rocker. Lass uns campen. Habe ich zwar auch keinen Bock drauf, aber immer noch besser. Auch locker fliegt. Auch locker fliegt. Auch locker fliegt. Das war auch kein Problem. Gut. die sind eigentlich alle recht einfach war sein ausbilder das ist schön jetzt wissen wir gerne ob ein strenger ausbilder ist ja würde ich jetzt gerne theoretisch haben wir jetzt noch genug schaufler um auch den arena leiter zu besiegen ja könnten wir eigentlich das davon machen muss ich nur gucken dass ich jetzt noch ein item wegschmeißer brauchen wir nicht wenn wir im kampf in den gesamten spielverlauf nicht benutzen steht da nur dumm rum aber wenn wir gleich im pokémon center ist mache ich meinen beutel mal ein bisschen kleiner so wir müssen jetzt hier durchgehen weil hier irgendwann eine schalte auftauchen tut und dann können wir juhu schon schreien aber wir müssen auch noch einen zweiten finden weil sonst geht diese blöde tür der hob nicht auf und wenn die nicht aufgeht dann können wir nicht zum major ja und das könnte unter anderem sein nichts schade das ist die blöde sache hier ist nur abfall schade wir haben ein richtiges glück momentan muss gucken irgendwann findet man es dauert nur sehr lange das ist glück ja das zweite ja muss man wirklich glück haben dass man das schafft hey kleiner was hast du jetzt verloren im kampf hast du keine große chance so viel ist sicher lass mich dir etwas zu erzählen während der pokémon feld züge haben mich meine elektro pokémon sehr gerettet sie haben einen gegner mit strom paralysiert das gleiche steht dir nun bevor es ist schön das freut man sich richtig major bob möchte kämpfen ja das ist major pokémon feld züge ja es kommt dann nahe ob da auch wirklich kriege auch waren gibt es so eine theorie dazu oder beziehungsweise mythos dazu warum man hier keine wachsenden männer wirklich tut naja aber den mythos könnt ihr euch ja immer gerne durchlesen wenn ihr wollt so er besitzt natürlich auch nur elektro pokémon ist ja ganz klar ein reitschuhlevel 24 was die weiterentwicklung für pikachu ist und das pokémon kann nur elektron tanken deswegen brauchte ich unbedingt einen boden als pokémon weil er sonst gar keine chance dagegen hat jetzt keine attackenrechnung und sonstwas du weißt wie man kämpft kleiner als auszeichnung vielleicht hier den donnaorten das gefällt einem doch schon mal der donnaorten erhöht die initiative deiner pokémon außerdem können deine pokémon nun jederzeit fliegen ansitzen das brauchen wir später du bist ein besonderer junge nimm das hier takiro erhält tm24 donnerblitz elektropoten können diese attacke erlernen ja aber pikachu lernt dieser attacker glücklicherweise von alleine deswegen müssen wir ihm das noch nicht frei können wir aber ich glaube das sind nicht mehr viele levels die es aufsteigen muss ich glaube es sind drei oder vier oder vielleicht nur ein oder zwei ich weiß es jetzt so aus dem kopf leider nicht ich meine es ist noch ein level ein oder zwei levels müssten es noch sein so seine pokémon werden wieder geheilt das freut einen noch so jetzt gehen wir zu diesem pc der pc sagt hallo und wir legen erstmal die karte ab obwohl wir brauchen die ganzen terms kann man da jetzt auch ein tun wie gesagt auch momentan absolut nicht hallo weg ja aber verkaufen wir dann auch wieder nicht so ist gut sich jetzt kommen auch schon mit nimmst du kriegst sie kommen auch weglegen brauchen wir alles nicht also bis jetzt noch nicht lang so tm28 radcoupon brauchen wir gleich noch mal werdet ihr gleich sehen wofür noch einen kurzen cut bei azuria city schauen wir da kurz vorbei so da kriegen wir nämlich was ganz schönes so ab geht's richtung azuria city jetzt mit drei ordnen im gepäck was schon ziemlich cool ist ja wir kommen recht schnell und fix durch na klar fenster werfen schmaut wie in der rache geben bringe ich diesmal nicht meine wut habe ich schon raus gelassen als mich mir applauden klopfen so richtig genervt haben ich glaube das war in part 6 ich glaube ich weiß es jetzt nicht auf den kopf ich meine es wäre part 6 gewesen oder 7 part 6 oder 7 eins von beiden auf jeden fall ja gut die musik ist jetzt nicht so cool so wir gehen hier in diesem fahrradladen mein kolleger da sind wir abgefahren okay deswegen gehört mir jetzt das fahrrad das gefällt mir doch einfach mal so mit selekt taste kann man sachen verschieben was auch ganz nice ist und das wird aussehen wenn wir mit einem fahrrad fahren so jetzt fragt man sich wo müssen wir jetzt hin einfach wir müssen jetzt hier rechts rein ja das war sinnvoll geht viel viel schneller wenn wir mit dem fahrrad durchfahren ein mirabler und knuffenser mirabler und knuffenser das sind alle pokémon ja das ist super und gibt oder auch super ich bin begeistert mein pokémon jetzt schon vergiftet ernsthaft eine taktik für fortgeschrittene ist da schon sowas beherrschen die ja ich sitze wirklich ein boden pokémon gegen einen schlanz pokémon ein und mir geht es gut nur so um den gedanken über mein psychisches verhalten zu sagen das ist das geworden jetzt wen nehmen wir jetzt tauboga sandern haben wir jetzt nur solange im team solange wir den zerschneider brauchen das heißt der ist weit weg ja ich mag solche kämpfe wo es länger dauert nicht so das ist die blöde sache tauboga besitzt noch nicht so gut an takten hat zwar ein vorteil gegenüber des typs aber halt keine typ an takten jetzt setzen wir schon wieder wickel ein ja das sind gott sei dank keine wirkung was für ein glück naja wir sehen uns im nächsten part von pokémon part von blow wieder bis denner und haut raus ciao part von blow das ist der die 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 die